Was ist die Notaufnahme der Zentralen Notaufnahme? Was ist die Notaufnahme der Zentralen Notaufnahme der Zentralen Notaufnahme der Zentralen Notaufnahme? Wie gesagt, das Covid-19, hat Herr Kittner schon mal gesagt, ist das siebte Corona-Virus, was es gibt. Generell alle Corona-Viren machen Atemwegsinfektionen und Übertragung überwiegend in den Wintermonaten, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass diese Viren die Wärme nicht so mögen, deswegen eher im Winter, nicht im Hochforma. Und was kritisch ist, wenn der Patient einfach pulmonale Vorerkrankungen hat, also eine typische Erkrankung, wäre das Asthma-Bontiale oder die chronisch-opsozive Lungenerkrankung. Wenn Patienten diese Grunderkrankung haben und dann noch ein Corona-Virus obendrauf sich propft, könnte der Verlauf deutlich schlechter sein als bei einem gesunden Patienten. Und ganz kurz ist nochmal ein elektro-mykoskopisches Foto von einem Corona-Virus, daher haben die nämlich den Namen, und zwar diese Spikes, die man da überall auf der Oberfläche sieht. Die sind typischerweise bei allen Corona-Viren. Und da hat sich irgendwann gedacht, das sieht aus wie eine Krone, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Daher haben die ihren Namen. Ein paar Zahlen. Ja, auch wir als Ärzte informieren uns aktuell mehrmals täglich beim Hubert-Koch-Institut, was es so Neues gibt, oder bekommen es vom Stadtgesundheitsamt von Herrn Kahn zugeschickt. Das sind die Zahlen, die heute Morgen um 10 Uhr ausgegeben worden sind, also insgesamt knapp 90.000 Fälle weltweit. Deutschland liegt im unteren Bereich mit 150 bekannten Fällen, das haben wir auch schon gehört. Wir reden ja nur von den bekannten Fällen, die Dunkelziffer wird wahrscheinlich sehr viel größer sein. In Deutschland teilt es sich die Folge auch, also Hessen ist so im mittleren Bereich mit 10 bekannten Erkrankungs- oder Infektionen, infizierten Fällen, auffällig ist, dass aus den neuen Bundesländern gibt es überhaupt noch keinen Nachweis. So, dann hat sich heute Morgen, haben sich mal wieder die sogenannten Risikogebiete verändert, also erweitert. Das sind die Gebiete, die wir abfragen, ob ein Patient dort war oder nicht. Und neu dazugekommen ist jetzt die gesamte Region in Guinea-Romagna, in Italien. Ich habe einfach vorhin mal die Stadt Wu in Italien, das ist in der Nähe von Padua oder Venedig, eingegeben. Und was ganz witzig ist, Sie sehen, um die Stadt Wu herum gibt es ganz viele Straßensperrungen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Ich glaube, am massiven Schneefall liegt es nicht. Das sind jetzt noch mal die Gebiete. Oben die Lombardei, also mit Milano, Bergamo. Das war jetzt schon vor dem Wochenende ein Risikogebiet. Und hier im unteren Bereich, die Emilia-Romagna ist neu dazugekommen. Parma ist da drin, Bologna, Runder, Ravenna bis Rimini. Da wären die ganzen Urlaubsgebiete. Aber da wir ja wissen, dass das Coronavirus die Hitze nicht so mag, können wir davon ausgehen, dass sich das im Sommer wieder behoben hat. So, jetzt noch mal zu den oberen und unteren Atemwegen. So ein bisschen Anatomie. Wichtig wäre so, dass der Kehlkopf praktisch die Grenze ist zwischen den oberen und unteren Atemwegen. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir auch wissen müssen, wo müssen wir unsere Proben denn nehmen. Am Anfang war es so, dass man gesagt hat, Corona ist eine Infektion der unteren Atemwege. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wie bekommt man eine Probe daraus. Also wenn man sich jetzt vorstellt, irgendjemand, also man Proben entnommen werden mit trockenen Tupfern. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, irgendjemand steuert mit einem Tupfer unterhalb des Kehlkopfes, das geht gar nicht. Da muss man also ein sogenanntes Sputum gewinnen, also dass der Patient wirklich hustet und sekret aus den tiefen Atemwegen hochhustet. Das ist eigentlich ganz einfach, das kann auch kein, nicht jeder Patient. Gerade wenn jemand lungerkrankt ist, der kann das vielleicht gar nicht. Und was auch dabei noch eine wichtige Sache ist, dass es natürlich auch für denjenigen, der das entnimmt, ein relatives Risiko ist. Weil wenn man irgendwas hochhustet, ist die Gefahr relativ groß, dass eben Spritzer mit herauskommen. Aber neuere Erkenntnisse haben jetzt gezeigt, dass Corona sehr wohl in den hohen Atemwegen, wenn vorhanden, auch vorhanden ist, sodass man jetzt einfach aus dem Nasenrachenraum mit diesem Tupfern diese Probe gewinnt. Also das ist für uns schon mal eine gute Sache, eine gute Entwicklung. Und deswegen denke ich, mehrere Stupfen ist vielleicht keine typische Symptomatik, aber denkbar. Ja, akute Atemwegsinfektion entscheiden wir nach dem Verlauf. Die Corona-Infektion wäre natürlich sozusagen eine akute Atemwegsinfektion, obwohl sie nicht ganz so akut anfängt wie die Influenza. Es ist immer eine entzündliche Erkrankung. Also man kann ähnliche Symptome zum Beispiel auch bei allergischen Reaktionen haben. Das ist aber nicht, worüber wir hier reden. Und das Ganze ist ansteckend. Das sind die Tropfeninfektionen. Das haben wir auch schon gehört. Problem? Die immunsupprimierten Patienten, also Patienten unter Chemotherapie oder anderen Medikamenten, häufig ältere Patienten, wo das Immunsystem auch nicht mehr so gut arbeitet. Und eben Patienten mit Begleiterkrankungen, insbesondere Begleiterkrankungen der Lunge. Also wenn sich auf eine kranke Lunge nochmal diese Infektion draufpropft, ist das für den Patienten eben nicht gut. Also auch ich habe in meiner Recherche nachgelesen, dass Schnupfen sehr wohl dazugehört. Halsschmerzen, Husten, Ausruf, Fieber, alles was man bei Grippe hat. Dann gibt es nochmal die Einteilung der guten Atemwegsinfektion an einfach ihrer Lokalisation. Also im Medizinischen heißt der Schnupfen Renitis, das ist für Sie jetzt nicht wichtig, aber dann können wir einfach lokalisieren, wo sozusagen die Entzündung gerade sitzt im Bereich der Atemwege, bis hin runter zur Bronchitis und es gibt natürlich auch Mischformen. Das ist natürlich immer nicht nur ein Bereich, sondern häufig mehrere Bereiche betroffen. Das ist jetzt mal ein Schema, wie die Atemwegsinfektion, die Tropfcheninfektion üblicherweise vor sich geht. Also es gibt durch die Luft Tröpfchen getränkt, Speicheln, Nasensekret und das Ganze kann sich dann an Gegenständen, wie Tisch, Tür, Klinken, natürlich auch in der Straßenbahn, festsetzen und wird dann über die Hände übertragen. Wie schützen wir uns davor? Wir hatten ja schon gehört, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt jeden Menschen mit einer Maske und Handschuhen aufzustatten. Die Maske oben links, die grüne, das ist ein normaler Mundschutz, wie er bei nicht hochinfektiösen Erkrankungen auch im Krankenhaus getragen wird und wie wir Patienten, die wir Patienten auch aufsetzen, die infiziert sind, zum Beispiel auch mit Tuberkulose oder auch mit Corona oder Influenza, wenn ein Transport durchs Haus notwendig ist. Die beiden Masken daneben, das sind sogenannte FFP2 oder 3 Masken mit und ohne Ventil. Das sind keine Masken für unsere Patienten, sondern das sind Masken für unser Personal, die mit infizierten oder wahrscheinlich infizierten Patienten handhaben oder die Behandlung müssen. Sie können sich vorstellen, es gibt viele Sachen, wo man dem Patienten sehr, sehr nahe kommt. Also bei der Probeentnahme kommt man ihnen nahe. Jeder Narkosearzt, der die Narkose einleitet, ist dem Patienten extrem nahe oder wenn ein Patient bronchiskopiert werden muss, das sind alles so Sachen, wo wir als Personal dem Patienten sehr nahe kommen und eine Tröpfcheninfektion sehr wahrscheinlich ist. Dann würden wir diese Masken tragen. Dazu gehört dann für uns auch noch in diesem sehr nahen Bereich mit der hohen Infektionsgefahr ein Schutz der Augen, also auch eine Tröpfcheninfektion in das Auge könnte übertragen. Es gibt Schutz bei Einzelnen oder eben auch so ein Mundschutz kombiniert mit einem Augenschutz. Kittel hatten wir auch schon gehört, das tragen wir auch. Einfach auch um, wir haben Kontakt zu mehreren Patienten und wir wollen natürlich nicht einen Erreger von Patient A nach Patient B übertragen. Deswegen ziehen wir einen Kittel an, wenn wir am infektiösen Patienten sind, ziehen den aus und sind dann sozusagen nach Händedesinfektion wieder sauber für den nächsten Patienten. Ja, zum Händedesinfizieren haben wir A wie Seife, das haben wir schon mehrmals gehört. Also das normales, gründliches Waschen der Hände mit Seife ausreichend ist, um den Coronavirus sozusagen von der Hand abzubekommen. Oder eben die Händedesinfektion mit Desinfektionsmittel, wie unten rechts zu sehen. Wichtig ist bei beiden, haben wir auch schon gehört, dass man es richtig macht. Also die Hand von innen, von außen, also die Fingernäbel zwischen den Fingern. Das ist wichtig, dass das alles sozusagen bearbeitet wird. Ja, was kann man tun, wenn wir jetzt bei Corona sind? Ja, wichtig ist immer noch mal zu fragen, waren wir in einem Risikogebiet, ja oder nein? Ist ein Kontakt zu einer infizierten Person wahrscheinlich? Und, und dann das große und, also es müssen auch Symptome bestehen. Also nur die Reise in ein Risikogebiet ist nicht ausreichend. Es müssen beide Sachen vor, also Symptome und die Reiseanamnese oder Kontaktanamnese. Generell kann man natürlich sagen, je weniger Kontakte ich habe, umso weniger wahrscheinlich ist, dass ich mich infiziere. Aber es schränkt natürlich auch ein, da muss jeder, glaube ich, seinen Mittelweg finden. Wichtig ist natürlich beim Husten und Niesen einfach Abstand halten und sich wegdrehen. Das ist einfach auch, finde ich, eine Form der Höflichkeit. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Im Moment würde ich, wenn ich benutze, einmal Taschentücher benutzen und die dann auch entsprechend gleich entsorgen. Das hilft vielleicht auch noch. Hände regelmäßig waschen, haben wir auch schon gehabt. Und einen gewissen Sicherheitsabstand. Also wir haben bei uns in der Aufnahme, in der Notaufnahme, in der Anmeldung den Bereich, wo der Patient sitzt, zu der Aufnahmekraft einfach auf zwei Meter erweitert, dass, wenn der Patient mal husten muss oder niesen muss, eben nicht direkt angenießt wird, die Aufnahmekraft. So, Großveranstaltungen. Ich glaube, hier sind wir noch nicht bei einer Großveranstaltung. Aber es gibt natürlich durchaus Diskussionen. Also der Genfer Autosommer ist gerade abgesagt worden. Das muss jeder selber entscheiden. Aber ich glaube, wenn man sich normal verhält und die Hygieneregeln einhält, muss man sich jetzt nicht so einschränken, dass alles abgesagt werden kann. Probleme bei Großveranstaltungen ist teilweise die Belüftung, also Klimaanlagen, die die Luft von A nach B nach C verteilen. Das könnte ein Problem sein. Es ist natürlich auch wichtig, es nützt mir gar nichts, wenn ich die Hygienemaßnahmen einhalte, aber mein Nachbar nicht. Also deswegen ist eine Information wichtig. Keine Hysterie, aber Information. Teilnehmer, also je größer die Teilnahmezahl ist, umso gefährlicher könnte es werden. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, theoretisch finde ich, dass man vor solchen Veranstaltungen die Patienten einfach screent, also praktisch nochmal diese Reiseanamnese abfragt, die Kontaktanamnese abfragt und fragt, ob sie irgendwelche Symptome haben. Aber wenn man sich das bei einem Konzert in einer Großveranstaltung vorstellt, ist mir nicht so ganz klar, wie das laufen soll. Das ist sicherlich nur ein theoretischer Aspekt des Ganzen. Ja, die Doma haben wir auch schon gesehen. Das ist die vom Hessischen Ministerium für Soziales geschaltete Hotline für Patienten oder für Mitbürger, die Fragen zu Coronavirus-Viren haben. Die Zeit ist sogar bis auf 20 Uhr jetzt erweitert worden. Ansonsten, wie Frau Menzing schon so schön sagt, ist der Hausarzt natürlich auch Ansprechpartner beziehungsweise außerhalb der Öffnungszeit der Arztlich-Bereitschaftsdienst. Und ja, wir im Krankenhaus würden eigentlich gerne nur Patienten sehen, die so schwer erkrankt sind, dass sie die stationäre Behandlung auch bedürfen. Das ist im Moment leider noch nicht ganz so. Und ich habe gerade mit Herrn Kran vom Gesundheitsamt nochmal gesprochen. Auf dem Flow-Schema des Robert-Kochs-Instituts steht aktuell noch so drauf, dass bei sicherer Infektion mit einem Coronavirus die stationäre Behandlung angeraten wird. Aber auch da muss man sagen, wenn es ein leichter Verlauf ist, ist es eigentlich nicht notwendig. Und da können Sie ja vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Ja, dann wäre ich am Ende meiner Rundfahrt und ich stehe zur Frage zur Verfügung. Ja, wie verhält man sich dann ein bisschen im Flugzeug? Also da wird ja nur durch die Klimaanlage alles sehr schön durcheinander gewirkt. Wenn man sehr ängstlich ist, darf man im Moment nicht fliegen. Ja, es ist alles, das hängt glaube ich von jeder Person persönlich ab. Wenn ich ganz risikounfreudig bin, muss ich einfach die Variante Meidung von sozialen Kontakten wählen. Ja, aber ich glaube sinnvoll ist das nur wirklich für Risikogruppen. Weil sie würden auch eine Flugreise nicht antreten, wenn eine Grippewelle gerade um sich geht. Da sagt auch jeder, naja. Denke ich. Ja, naja. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay.